Er ist für sein Alter schon sehr, sehr weit. Körperlich noch nicht ganz, da kann noch ein bisschen was passieren, aber das passt auch schon zu seiner Entwicklung an alle Möglichkeiten, einer der ganz Großen zu werden. Wenn da sind sich alle einig und wenn jemand Lendl sagt, dann glaube ich ihm das natürlich. Alle loben ihn und es ist natürlich auch nicht nur der Tennisspieler, Alexander Zverev begleitet auch von ihm her, von Justin Wien, seinem Koalitionstrainer, sondern auch der Typ. Er ist einer, der diese Bühne auch gerne mag. Leave me alone. Ich filme. Ein Film von Finn. Hm. Ich will los. Zahlt? 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 Vielen Dank.